Was wäre, wenn du ewig leben könntest? Dann würde ich safe mit Edward Coyne zusammenkommen. Boah, Alter, hier Schildfragen. Ich weiß gar nicht so genau, ob ich das wollen würde. Ich weiß gar nicht, ob ich das wollen würde. Also das wäre auf jeden Fall ein Traum von mir. Ewiges Leben wünschen sich viele. Das wäre, glaube ich, schon sehr, sehr interessant. Ich hätte auf jeden Fall Zeit, alles zu probieren, was ich möchte. Ich glaube, ich würde mir mehr Zeit lassen mit Sachen, die ich machen will. Manchmal finde ich es schade, dass ich mir nicht Ruhe und Zeit nehmen kann, um Dinge zu üben oder neu zu lernen. Du kannst viel mehr draus machen. Dann würde ich unglaublich viel reisen. Dass ich mal alles von der Welt gesehen habe. Ich meine, guckt euch mal an, wie groß diese Welt ist und wie viele Sachen man auf der Welt überhaupt noch erleben kann. Dann würde ich mich auf jeden Fall darauf fokussieren, nachhaltiger zu leben. Weil mein späteres Leben auf jeden Fall jetzt von meinem Konsumverhalten beeinflusst wird. Ich möchte nicht ewig leben. Will ich gar nicht. Will ich gar nicht. Möchte ich gar nicht tatsächlich. Würde ich nicht machen wollen, weil das bedeuten würde, dass ich jeden um mich herum verlieren würde. Die Leute sterben um einen herum. Die Familie ist dann schon Ewigkeiten tot und so. Da sieht man natürlich, wie alle Freunde versterben und Verwandte. Dass ich nie sterben würde, meine Kinder aber schon und ich das miterleben muss, das ist schon sehr schrecklich. Ich glaube, ewig leben ist ganz so ein Scheiße. Ich glaube, ewig leben ist ein Fluch. Das wäre doch ein Scheißleben. Albtraum. Dann würde ich ja die achte Pandemie auch noch mitbekommen. Dann würde ich ja jedes Mal sehen, wie die Menschheit immer wieder dieselben Fehler begeht und könnte nichts dagegen tun. Wie oft will man Dinge wiederholen? Also ich weiß nicht, Heartbreaks und dann wieder neue Leute kennenlernen. Also ich finde Saustimmen. Es nervt mich ja jetzt schon, wenn ich jetzt auf eine Party gehe und dann fünfmal erzählen muss, was ich mache. Vielleicht wäre es irgendwann langweilig. Es ist einem irgendwann einfach nur noch langweilig und man kann nichts Neues mehr machen. Man hat alles verstanden, man hat alles gecheckt. Irgendwann mal hat man schon alles gesehen und irgendwann mal gibt es auch nichts Neues. Du hast einfach keine Lust mehr. Der Wert des Lebens geht dabei verloren. Der Wert des Lebens, also wie wertvoll das Leben eigentlich ist, so ein bisschen in Vergessenheit gerät. Ich würde literally lebensmüde werden. Wenn ich unendlich viel Zeit habe, alles zu machen, dann mache ich es nicht. Dann würde man vieles in die Länge ziehen. Wenn man ewig Zeit hätte, hätte man gar keine Motivation mehr, irgendwas zu machen, weil man sich denkt. Ach, ich habe da ja noch ewig Zeit für. Hey, ich muss heute nicht die Spülmaschine ausräumen. Das kann ich auch in 150 Jahren noch machen. Was danach kommt, das wissen wir alle natürlich nicht. Ich glaube, ich würde auch gerne mal irgendwann wissen, wie es ist, tot zu sein. Irgendwann will ich dann sterben wollen, kann aber nicht, weil ich ewig leben muss. Was ist ein Rennen wert, bei dem du nie ankommst? Der Sinn des Lebens ist die Vergänglichkeit des Lebens. Man eben deswegen gerade Dinge wertschätzt und unbedingt umsetzen möchte. Deswegen stehe ich ja morgens auf, weil ich weiß, ich habe nicht mehr so viel Zeit. Irgendwie diese Begrenztheit des Ganzen, das es doch erst so wertvoll macht. Also dadurch, dass es irgendwann endet, kann man das, was man getan hat, wesentlich mehr wertschätzen. Nur weil alles endlich ist, macht ja alles einen Sinn. Man wird geboren und man muss sterben. Wenn dann meine Zeit gekommen ist, dann würde ich Platz machen für die nächste Generation. voncaue voncaue